So, hallo, ich grüße euch wieder aus Sportmedien. Ich habe heute wieder etwas über euch überlegt und zwar sprechen wir heute mal unser Thema Gleichgewicht an. Gleichgewicht ist ja ein zunehmender Alter, so eine Sache. Der Gleichgewichtssinn verlässt uns Stück für Stück und wir haben uns überlegt, wie wir gegensteuern können. Das ist nur eine komplette Möglichkeit, denn Gleichgewicht arbeitet über viele Sinne und Komponenten. Vielleicht hast du auch Spaß an dieser Übung. Achtung, nimm dein Länder oder neben den Körper und fange an, auf die Stelle zu gehen. Mach 1, 2, 3 Schritte und halte dann im Einbeinstand an. 1, 2, 3, andere Seite. 1, 2, 3, andere Seite. Das kannst du jetzt ein paar Mal machen und schließlich stopfst du. Hier angekommen, achtest du wieder drauf, dein Knie ist leicht gebeugt, damit dein Sprunggelenk mit reagieren kann. Jetzt lässt du den Blick weiter. Gehe mit den Augen nach rechts oben in die Ecke und dann schließe dich nach links unten. Wieder nach rechts oben und nach links unten. Du kannst dich unterschiedlich fordern, indem du den Blickwechsel schneller oder langsamer machst. Bist du gut und stabil angekommen, bleib stehen und schließe mal dein starkes Auge. Oder, wenn du anders begehen möchtest, vielleicht dein starkes Auge. Wenn du dich nicht dich sicher fühlst, schließe für einen kurzen Moment beide Augen. Achtung, das Wackelschirm gehören. Vielleicht möchtest du zur Sicherheit am Anfang noch lieber noch ein Tisch oder ein Stuhl zur Sicherheit wenig stellen. Falls nicht, einfach loslegen. Viel Spaß!